Wahrscheinlich zu ihren Teams, je nachdem wie es dann läuft. Also, dann schauen wir mal. Envyas gegen Navi jetzt erstmal auf das 2. Guardians Team auf der CD-Seite und die Franzosen auf der T-Seite. So, ist direkt in die Mitte rein, jawohl. Und da ist auch schon der erste Edge. Und da liegt sich noch jemand mit ihm an. Hat er zwar selber auch einen kassiert, allerdings... Ja, wie gesagt, mit dem einen Kill kommen wir natürlich jetzt erstmal davon. Also, Envyas startet dann nur noch zu viert in diese Runde rein. Stellt sich insgesamt sehr defensiv recht. Vielleicht so damit, dass da kurz irgendwas offensiv kommt. Und so ist es auch. Oh Gott, unser Mate zieht sich da aber auch schon wieder zurück. Zeus, immer noch auf dem A-Spot. Also, Envy jetzt gerade eben erst so weit, dass sie quasi die Mitte eingenommen haben. Also, kurz mittlerweile übergegangen. Ah, Envyas, da können sie jetzt quasi durchpushen. Man hat eine Smoke, zwei Flashes noch übrig. Also, ein bisschen was an der Kümmern immer noch da. Die CD-Smoke ist vermutlich, dass da vielleicht sogar einer der Spieler runterdroppt. Jawohl, oder zwei gleich. So geht's natürlich auch. Jetzt hat Guardian ein kleines Problem. Sofort den Headshot gefangen von CanYS. Der ist jetzt auch noch ein zweites Gegend lang. Jawohl, Apex und er zusammen machen ein Teamwork. Und können den Spieler so auch noch ausschalten. Allerdings, beide haben da einiges abbekommen. Da haben wir ein 6 und 3 HP nur noch bei ihnen. Also, drei gegen vier Retag, aber zwei Envyas-Spieler, da wirklich schon ordentlich angeschossen. Schauen wir mal, Zeus aus der CD-Base raus da unten. Woher jetzt auf jeden Fall angesagt. Oh, der trifft CanYS nicht. Das wäre so ein einfacher Kill gewesen. CanYS will da immer noch nicht down gehen. Die Entfernung vielleicht, die da auch ein bisschen mit rein spielt. Jetzt Tinky machen wir natürlich langsam sehr schnell. Jawohl, und Envyas kann die Runde noch mal drehen. Bis auf diesen einen Spieler in der Mitte verlieren sie niemanden mehr. 1 zu 0 für die Franzosen. Also, ganz schön sauber rausgespielt das Ganze noch. Auch wenn sie da wirklich am Anfang ein bisschen unter Druck gesetzt wurden von Seast. Letztendlich hat das Ganze mit diesem CD-Base-Drop sauber funktioniert. Vor allem natürlich auch durch diesen schnellen Headshot von CanYS. Gegen Guardian bedingt. Der hat da schon auch gut mit reingespielt. So, Seast. Macht direkt der Weizung, wo der Pistel aufgehört hat. Hat aber einen rausgehauen. Ja, und jetzt sucht er natürlich nach noch mehr in der Mitte. Bietet sich auch noch ein kleines bisschen was an. Abwarten, ob... Ob Hex da verschießt. Nein, tut er nicht. Stop it already. Habt ihn schon zweimal rausgepickt. In der NWK. So, jetzt geht's mit Smoke. Wenn man eine freie Bahn hat, da kommen noch ein paar Schüsse von der Mac-10 durch die Smoke geflogen. Und auch die... ...Counted Guardian noch nicht wirklich dort schon. Zwei Spiele noch bei Nami verbleibend. Dabei, Edward zählt nicht mehr so ganz mit seinem einen HP. Ja, jetzt soll ich's. Hier drauf. 2 zu 0. Envers. Ja, also das 2 würde ich doch sagen könnte... Also meiner Meinung nach müsste das 2 eigentlich eher die Map sein, auf der ich Navi-Chancen einrechne. Ja. Denn da haben es sich ziemlich gut ausgesehen in den Matches, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben von ihnen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es hieß gerade im Skype-Channel auch nochmal, dass die Vetos da eventuell vertauscht wurden, die auf Twitter gepostet sind. Ganz oben, glaube ich, hat das einer geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube fast sogar, dass das 2 wirklich der Pick von Navi sein könnte. Aber gut, wie auch immer. Koppel können kann man ihnen schon auch suchen, aber so ist es jetzt nicht. Mach mal Heavy da anladen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Envy auch Koppel rausfordert. Das ist halt eher das, ja. Flappy. Das war eher hier von lang. Aber ja, die Franzosen haben sich jetzt schon wieder ordentlich auf den Baseball eingeschossen. Ich bin über die McTennen raus. Da geht Agnès und besitzt das Gegner rüber. Theron ist jetzt nicht unbedingt so sicher. Sie beträgt man an der NBK. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Navi da schon nochmal rangeht. Ja gut, jetzt ist sie sicher. 3 zu 0, er wäre es bis hierhin so weit so gut. Jetzt geht es in die erste Waffenrunde. Jetzt schauen wir mal. Er hat sofort die AWP eingepackt, auch wenn es bedeutet, dass er ohne Rüstung antreten muss. Der Rest des Teams natürlich Rifle. Die Granaten sind wichtig. Man muss auf jeden Fall einen Rushblock spielen. Also gerade an langen und auf dem Baseball muss unbedingt gerushed blockt werden. Dann haben wir vielleicht die erste Smoke zumindest schon mal bereit gehalten, falls Guardian dann seinen Schuss nicht abgibt. Oder haben wir uns erst mal dagegen entschieden. So, Envyos steht da auch relativ defensiv in der Mitte. Also sie lassen sich da wirklich erst mal ein bisschen Zeit. Ich schätze mal vor allem halt eben auch, weil man da natürlich Respekt vor Guardian hat in der Mitte. Also man möchte sich da nicht unbedingt zeigen gegen ihn. Wenn überhaupt dann Kenny S mit seiner AWP. Also wir sehen, wir sind langsam aber sicher, wird sich da trotzdem in die Mitte reingespielt. Kiyoshima hat hier erstmal durchhüpft, natürlich um, wenn überhaupt, an den Schuss dann möglichst rauszulocken. Und jetzt war natürlich erstmal wieder kurz eingenommen. Also ganz klassische AWP, da ist zwar hier ein Spiel auf Vorlagen abgestellt, einer in die Cutters rein. Und die anderen drei, die in der Mitte beziehungsweise an kurz agieren. Kiyoshima sucht sich da wohl gerade eben einen kleinen Fixpunkt. Oh, der hat sich die Vlies mal ganz genau angeschaut, was da los war. Das erste Flash gegen ihn sitzt auf jeden Fall. Zeus, in der Mitte da oben hochgeboostet wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, was sie draußen kurz machen können. Also Guardian steht da bereits. Ja, wo ist ein Guardian vorbei? Und nimmt den ersten sicher mit. Wie viel Flash er da abbekommen hat, weiß ich nicht. Wirkt eigentlich so, als ob er gut geflasht sein müsste. Also vorher nochmal angeziert. Jetzt kommt die Bombe durch. Also Navi lässt ihn den Spielraum auch. Und das hängt alles hier von diesen Backstabs ab. Kenn ihr es? Äh, MBK ist auch mit der Scout unterwegs. Kann er nicht viel tun. Guardian. Und abfängt auf das Wort. Erster Frag sitzt. Nummer zwei müsste er wegflicken, wenn er da noch durchgehen möchte. Flamy währenddessen noch kurz erfolgreich. Und die erste CT-Runde für Navi geht durch. Warum machen wir... Achso, man lässt Flamy defusen wegen dem Kit. Die Bombe wurde defusen. Counter-Terroristen gewinnen. Ich fand es interessant, dass Guardian sich da auch sofort zurückgezogen hat, nachdem er den ersten Kill gesetzt hat. Also er hat sich da wirklich gar nicht erst irgendwie der Gefahr hingegeben, dass er eventuell gerefragt werden könnte, sondern er wirklich... Ja gut, glaub ich natürlich auch wahrscheinlich daran, dass er einfach so geflasht war. Er hat wirklich einfach nur diesen einen Kill gesetzt und sofort den Rückwärtsgang eingelegt, gleich zu seinem Mate Richtung lang geschoben. Dann konnte man da ganz beruhigt, ganz in Ruhe den Retag ausspielen, der er dann optimal funktioniert hat. So, mal schauen, wie Envy da jetzt drauf reagiert. Sie scheinen sich da erstmal wieder relativ langsam an die Mitte ranzuspielen. Ein Spieler wieder kann es da unten, also ganz gemächlich. Er wird ja die Mitte angenommen. Jetzt mal auch mit der Xbox Smoke, damit man da natürlich nicht so aufpassen muss Richtung Mitte. Wir sehen ja auch schon, das sitzt die zweite, aber PSC ist das momentan. Er sitzt da in der Mitte unten, bekommt die Flash nicht so ganz ab, die da geflogen kam. Nein, aber trotzdem Mitte, also er scheint ja schon auf dem Schirm zu haben, dass da wohl irgendwas kommt. Jawohl, jetzt liegt ja auch die 10. Split Smoke, äh die B-Split Smoke, allerdings zieht Zeus da locker drüber. Die Flash rettet ihn jetzt nochmal ein bisschen in den Hintern, allerdings, jawohl, jetzt kann er einen mitnehmen, Zeus. In seiner Position natürlich bekannt und happy, dass man abwartet. So, da war der Name's Flame hier auf dem B-Spot, der muss jetzt unbedingt fallen. Da ist auch der Headshot von einem Mikael schön in den Kopf rasiert. Aber happy an der Position. Wenn er jetzt auch mal einsetzen könnte, wäre es natürlich optimal, aber momentan ist da einfach noch niemand, oder es zeigt einfach niemand, macht niemand Anstalt in der Richtung B zu schieben. Deswegen verhungert happy natürlich da momentan noch so ein bisschen. Der Weg von Soros ist happy jetzt um die Ecke gelaufen. Er weiß nicht, der zweite, dritte P, da will er gar nicht umfallen. Da will er nicht, hat keine Lust. 2 zu 3. Ja, mal schauen. Geld bei Envyas sieht dünn aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt noch einmal durch die Sparrunde geht. Ist das wirklich live? Ist das real live oder ist das just a fantasy? Da ist wahrscheinlich noch so ein Datumsschild, das du jetzt auch wirklich glauben. Ja, mal hin, die aktuelle Bild-Zeitung hier mal ins Bild halten. So, wieder kurz aufgebaut. Wie geht er denn? Nicht nur da etwas sitzen lassen. Envy lässt sich auch ganz entspannt auf Lang zurückfallen. Dementsprechend die Worme natürlich für Lau. Wir haben drei Leute auf Lang. Also, dementsprechend könnte man das schon gut retaken. Das Problem ist das mit der gelegten Worme zu kurz, damit ich da auch deutlich besser die Position halten kann. Jetzt kommt der MBK noch drüber nach. Aber Envy spielt das sehr solide und ordentlich ausgeführt hier durch. Nur noch Happy. Er kann natürlich versuchen, da irgendwie den Defuser noch auszuschalten. Was soll er denn groß machen? Alles läuft auf ihn zu. Wenn dann nicht jeder sofort mit Headshot umfällt, dann hat er keine Chance. Flavy ist schon wieder von kurz dran. Upsala. Das war aber allerhöchste Eisenbahn, dass ein AdWord da durchzieht. Ich wäre fast so schiefgegangen hier in der Runde. Also, durch die gelegte Bombe. Genügend Geld bei Envy hasst da, um jetzt auf jeden Fall nachzukaufen. Eich, eich, eich. Ich hätte gerne noch mal die Meldung gesehen, aber am Schluss der Runde, wie viel Zeit da wirklich noch war, wurde leider nicht angezeigt. Aber es war auf jeden Fall im Nullkommabereich. Ja. Wenn das Klicken kommt, dann hat man eine knappe Sekunde Zeit. Okay, hier ist jetzt erneut an die AWP gewirkt. Jetzt wird man wieder die Mitte-Kontrolle sauber einnehmen können. Darüber kann man eigentlich die meisten Runden auf das 2 aufbauen. Wieder soll es da wohl da kurz. In diesem Fall steht Navi offensiver abwechselnd. Boah, schön, die beiden NG-Frakes gezogen. Jetzt ist der Weg frei. Und ich glaube, die Runde ist weg. Ja. Ich glaube, die Runde ist vorbei. Da braucht Navi nicht mehr ranzugehen. Und wie wir die Franzosen kennen, werden sie genau das schon sehen. Werden jetzt sofort hinterher gehen. Da sieht man es mal. Navi spielt diese eine Runde wirklich ein bisschen offensiver. Dagegen hat Zarkarien noch mal einen erwischt. Schauen wir mal, wie die drei da mit dem Safe durchkommen. Ich meine, man sollte bei Navi das jetzt eigentlich trotzdem aufschauen. Denn allzu viel Geld haben sie selber auch nicht. Es macht jetzt nicht wirklich so viel Sinn, da alle Waffen zu verlieren. Im Moment ist es wirklich noch besser, lieber aufs eigene Geld zu schauen, als da wirklich sich darum zu kümmern, das Geld der Gegner niedrig zu halten. Dann ist es wirklich einer der Fehler, die ihnen ja mal relativ häufig passiert. Aber gut, wie gesagt, das sieht man mal. Navi spielt halt die Runde an sich eine Runde offensiver an. Ja, und schon kriegt er aus den beiden Entry-Frags. Also diesmal hat man es halt quasi nicht drauf angelegt, den Spot auf Retake anzuspielen, sondern wollte halt direkt kurz abhalten. Und was dabei rausgekommen ist, haben wir gesehen. Apex-Headshot, Kiyoshima-Headshot und schon das Zirbig-Auf-Den-Ausport-Fly und die Runde futsch. Ist natürlich jetzt schwierig, dabei Navi die richtige rauszufinden. Und dann zu viel Raum möchte man Envyaz natürlich trotzdem nicht geben. Ist natürlich dann trotzdem problematisch, wenn die eigenen Spieler da sofort so weggeballert werden. So, jetzt hat Flame in der Mitte einen Schuss kassiert von Kanias. Keine 50 KP noch bei ihm. Envyaz unverändert. Weiter in die Mitte rein. Diesmal wieder mit vier Leuten. Die Flashes sind sehr, sehr gut. Apex-Headshot aber er kommt da selber gar nicht mehr weg. Ja, ja, die Nächte ist aber hinterher. Schlänger das siehst du mal weg. Und jetzt hat man sich hier wohl trotzdem für den B-Spot entschieden. Könnte da vielleicht auch nochmal einen Spieler über die Mitte schicken. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich hier auf diesem Bego rauslaufen. Also zwei Spieler von Navi. Gegen vier Franzosen, die dann gleich aus den Kates und über die Mitte da drauf pushen werden. Ja, interessant ist Happy. Wenn er hier den Entry machen kann, dann fällt der ganze B-Spot an sich zusammen. Die Schulter hat er nicht ganz gesehen. Er geht wieder direkt rein und man würde es da direkt Richtung B versuchen müssen. Also da geht natürlich genau richtig dafür. Flamy, schönen zweiten angeschossen. Der wäre fast noch mit umgefallen, aber fast. Hilft seinem Mater wahrscheinlich nicht. Also hier, Toys. Schön, der zweite Freak. Das fast hat doch geholfen. Denn damit ist natürlich Kirushima direkt mitgeplatzt. Jetzt geht Happy doch nochmal über die Mitte 20 Sekunden. Ist aufgeflogen. Und damit 4 zu 4. Also auch Envyos spielt hier verhältnismäßig langsam für ihre Verhältnisse. Verhältnismäßig. Im Verhältnis. Wenn man das Verhalten jetzt mal anschaut. Das ist fair halt. Nein. Tu es nicht. Muxo, nein. Mein Kopf. Ripp alles. Ist einfach der Ripp of Doom. Coppli ist Doom noch da. Der Doom 14-12. Also. 4 zu 4 steht es im Moment. Schauen wir mal. Jetzt hat man sich bei der Abbie wieder auf die Doppel-AbP geeinigt. Envyos auf jeden Fall nochmal mit dem Gegenkauf. Da soll es wieder über kurz durchgehen. Also sie spielen jede Runde unverändert über die Mitte an. Darüber wird alles aufgebaut. Also auch diesmal scheint man sich da für einen kleinen Kurz-Go vorzubereiten. Da hat man natürlich einiges an Nades dabei, was man da gleich rausböllern kann. Einiges an Equipment, was da fliegt. Eine Gegenflash. Die einigermaßen gut sitzt Guardian. Diesmal den Dieselschuss eben nicht rausbekommen. Die Smokes nehmen ihm da die komplette Sicht. Das heißt, diesmal muss er sich zurückziehen. Dann hat er eigentlich keine wirkliche Wahl. Dementsprechend kann die Bombe hier wieder geblendet werden, ohne dass man da einen Spieler verliert. Das passiert echt sehr, sehr häufig hier in diesem Spiel bisher. Ja, gleiche Situation wie ein paar Runden zuvor. Und wir erinnern uns, wie knapp das Ganze war. Zeitlich einfach. Und jetzt hat Envy da einiges mehr an Equipment. Erster Schub von Guardian sitzt. Die Jungs arbeiten sich weiter vor. Der Joker ist hier bei KennyS. Und dann kommt der Monotaur rauf. Da braucht man sich natürlich nicht drum zu kümmern. Und Navi hat so ein Retake vielleicht ein bisschen übertrieben diesmal. Schub von Guardian. Kommt er da noch lebendig raus? Das ist die Frage. Schuss sitzt. Da unten in der... Oh mein Gott, was Guardian hier schon wieder veranstaltet. Aber dafür bezahlt er das mit seinem Leben. Junge. Guardian und seine AWP. Aber taktisch natürlich großes Risiko, was man da eingegangen ist bei Navi. Also die Franzosen haben das natürlich mit Handkurs genommen. Sie haben es ja gerade eben schon mal gemerkt, dass die Zeit zum Diffusion gerade noch so gereicht hat. Und dieses Mal einfach direkt zwei Prankenharten mitgenommen. Und die machen natürlich alles dicht dann. Selbst wenn die Spieler sogar noch sterben würden. Schau mal, siehst. Traut sich da auch in die Mitte rein. Uiuiui, der hat aber auch ganz schöne Eier jetzt. Musst aber sofort wieder zurückgehen. Kein Spieler gefunden. Da wird einer irgendwie durch die Mitte angeschossen. Guardian und auch 6 AP die Nate hinterher. Aber er war da zum Glück so umsichtig, dass er rechtzeitig weggeschoben hat. Sollte der B-Split werden. Kenny S konnte zumindest mit einem dagegen halten. Aber die Fracks fallen. Kenny und Tappy sind jetzt alleine. Oder jetzt ist es noch noch Tappy. 1 gegen 4. Der versucht jetzt einfach rauszupuschen. Flame ist hier überfahren. Da kommt sofort flaschen. Hier ist allerdings wenig, weil die hinterher Tappy landet. Aber Zeus ist sofort für den Refractor. Also diese B-Splits kann Navi zumindest momentan sehr, sehr gut unter Kontrolle bringen. Da haben sie wirklich wenig Probleme mit. Ja und jetzt ist die Frage, was EnWiRs macht. Denn halt so viel Geld ist nicht da. Also normalerweise müssten sie jetzt wirklich eine Eco spielen. Eventuell nochmal den Forceball genau, weil sonst die Doppel-Eco anstehen würde. Also versucht man damit das Ganze zu überbrücken. Und die Forceballs waren ja bisher eigentlich relativ gefährlich. Schnell Richtung B. Und wenn man mit dem Tech Nights natürlich schnell rauskommt. Gerni! Vorbeilaufen! Der Scal dir da noch zerlegt. Und siehst, der würde natürlich noch gerne. Wollte gerne noch mal ein bisschen Schaden machen und in der Mitte der Backstab von Happy. Mal schauen, ob der gut ausgeht. Da hat man ihn schon gespottet, aber Happy drückt trotzdem nochmal Zeus über den Haufen. Und jetzt siehst du schon wieder in der Offensive. Hat auf jeden Fall den Moment gut abgepasst und Kyoshima steht dann auch hinter der Ecke. Der Hedgehoff müsste da her. Ansonsten wird das wohl nichts mehr werden. Da sind ein paar ordentliche Bretter geflogen. Und trotz allem hat Navi das über die Bühne gebracht. Also eine gewisse Retake-Stärke vor allem. Die muss man ihnen hier auf jeden Fall zuschreiben. Mir hat zwar die Baume geplantet, aber trotzdem nicht genügend Geld, um nachzukaufen. Die eine andere Pistole ist drin. Aber mehr noch nichts. Wieder die Doppel-ABP bei Navi, die da beibehalten wird. Der Lange wird ganz schnell geblockt von den Ukranien. Die werfen da einiges rein. Haben wir bisher auch noch nicht gesehen, dass der Lange irgendwie offensiv angespielt hätte oder überhaupt angespielt hätte. Bisher hat man sich da wirklich auf kurz und die B-Splits verlassen. Diesmal Kiyoshima wird da wieder vorgeschickt in der Hoffnung, dass er vielleicht einen Frack ziehen kann. Allerdings steht Navi da wieder defensiv auf dem Spot. Gehen kurz also so kaum an. Kiyoshima scheint da wohl für einen CT-Bass-Drop vorbereitet zu werden. Happy würde ihm gleich einmal eine Flash geben. Obwohl Kiyoshima da gut durchkommt. Baby in der Mitte nur einen Kill setzen könnte, anders hätte er für den Refract da. Kiyoshima dabei schon in die CT-Bass rein. Sieh, steht hier mit jetzt ein AWP. Aber Zeus hat auf dem Schirm gehabt definitiv, dass da irgendwas passiert ist. Na gut, ist natürlich auch ein bisschen weckt natürlich ein bisschen Mistraum, wenn einfach die Flash geflogen kommt und dann niemand rumfasst. Wenn Kiyoshima nicht sogar gesehen wurde. Jawohl, und Zeus da aufräumt. Also, 7 zu 5. Navi sichert sich nochmal eine CT-Runde. Und für Envyas steht die nächste Secret-Round an. Jetzt haben sie wieder Waffen dabei. Kenny ist sogar an der AWP. Apex scheint er wohl auf die Tech-9 zurückgreifen zu müssen. Und Navi damit dann, ich würde mal sagen, A-lastige Aufstellung. 5 Mann, die erstmal Richtung A gegangen sind. Jetzt erst langsam geht sie es da zurück. Man hat natürlich die Smoke genutzt, um dem Gegner diese Information eben vorzuenthalten. Aber wäre das ein schöner B-Go gewesen, dann wäre die Runde dann nicht mehr zu retten. Aber da war es sich wohl ziemlich sicher, dass Envy hier nicht B-Rusht. Verständlich ist es natürlich, denn diese B-Go's haben nur mäßig funktioniert. Oder was heißt nur mäßig, aber sie sind super aufgegangen und man lassen diese Apex vielleicht überwenden. Vorsicht, die Geist mal gespielt. Tsushima, sie haben die CD-Base verpasst und auch hier hat Navi wieder ziemlich viel Raum gelassen. Da sitzt der Erste, da muss er gerefraket werden, das hat relativ lange gedauert. Trotzdem kann er den Erfolg hier verbuchen. Versuchen wir das noch zu retaken. Flavy geht erstmal in den Nahkampf. Eins gegen eins auch wieder getauscht. Guardian läuft schon komplett weg, sie ist, geht nach vorne. Da wird er vielleicht aber noch ein, zwei Picks bekommen. Nein, rückwärtsgang und da war er schon zu spät. Also, sechste Runde für Envy. Der steht nicht mehr im Wege, da war ein Stück von der Laterne dazwischen. Wie bitter ist das denn? Volvo, please, bitte Laterne removen. Hier, schieben. Der rollt auf. Genau hier ging der Schuss durch. Ja, der Volvo hätte wahrscheinlich trotzdem einen One-Shot gemacht vor dem Nerf. Ja, der Volvo hätte auch wahrscheinlich alles, was auf dem A-Spot steht, gleich mitgetötet. Die Kugel wäre einfach so schön um die Ecke geflogen. Für alle, die den Insider verstehen, es ist der Fatman. Eins gegen eins getauscht. Da sind beide Teams noch zu viert unterwegs. Ist eigentlich ein Vorteil für Envy. Denn wenn man den CT ausnimmt, dann fehlt dieser wichtige Verschieber. Und dann vor allem auch noch Guardian. Aber siehst, der möchte gleich mit den Vorschau ausarbeiten und da ist er auch. Der Vorteil ist auch mit der ABP abgedrückt. NBK mit der ABP ja auch mal ein anderer Anblick. Und hier ist was los. Willkommen auf ABP das 2. Siehst, steht auch schon wieder angezielt. 3 Frakes hat er sogar schon. Und Happy möchte ihn unbedingt picken, aber siehst ist ein bisschen schneller. Vierter Kill. Alle Kills bisher mit ABP gefallen. Oder? Ja. Ja. So, hier ist die mal wieder durch. Jetzt hat er einfach festgenagelt. 8 zu 6. Was du ein bisschen unspektakulär siehst, hat 18 zu 8 Z. Edward hingegen hat 3 zu 7. Also da merkt man auch hier wieder einen ziemlichen Unterschied. Allerdings diesmal hat es nicht so viele negative Auswirkungen auf die z.T. Hälfte gehabt. Deswegen ist jetzt die Frage, die sich für mich stellt, ob das dann auf der T-Seite komplette Überfahrt wird für Navi. Wenn siehst er so weiterspielt und einfach irgendwie dann mehr zerlegt. Normalerweise ist es leichter auf der T-Seite mit so einer Imbalance zu spielen. Zweitwort das spielt er ganz gerne mal, dass er hier auch auf seinen Moment wartet schon offensiv zu kommen weil einiges an Steps gehört. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh die Bombe liegt da direkt vor seiner Nase das kann er natürlich nicht wissen aber trotzdem ist das für uns schon mal ein Faktor das entweder früher oder später wieder zurückkehren muss oder was sie ist dann doch ein bisschen mutig jetzt kommt Edward und hat die Bombe unter Kontrolle riesen Katastrophe für die Franzosen sie haben noch eine Minute und in der Minute muss man nicht nur die Bombe picken sondern auch irgendwo in eine Richtung gehen und auch wenn er sie jetzt hat wie kommt Kyoshima da lebendig raus ist die Frage er wird sie einfach verteidigen müssen Edward kämpft da Richtung Base Kyoshima verliert sein Duell hat den zweiten auch nicht killen können also beide sind davon gekommen und so fällt die Runde hier ein Stück und das alles nur weil Edward offensiv pusht oben vor lang und die Bombe dort erwischt und so wird das für NWR erst hier nichts also das ist nicht die Leistung die ich eigentlich von ihnen erwartet hätte Aimtechnisch scheint es halbwegs zu sitzen größtenteils auch nicht auch nicht hundertprozentig aber es ist irgendwie interessant dass selbst die Teams die dafür bekannt waren dass sie gerne ein bisschen schneller spielen dass selbst die mehr auf den langsamen Spielsitz zurückgreifen also man hat das Gefühl es verschiebt sich alles in Richtung langsames Pickverhalten und ich weiß nicht wie sich das mit den 1,5 sich dann auswirken wird wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden das ist auf jeden Fall sehr auffällig gewesen zumindest heute auch von den die deutlich langsamer gespielt hatten oder es zumindest versucht haben irgendwie scheint da momentan so eine leichte Veränderung stattzufinden tja 9 zu 6 zur Halbzeit das 2 ist natürlich immer relativ schwierig zu beurteilen und es ist trotz allem eine sehr sehr ausgeglichene Map und 9 zu 6 ist natürlich auch ein dementsprechend ausgeglichenes Ergebnis also mal schauen was sich Navi da jetzt für die Pistole überlegt hat Envias hat genau KennyS mit Nades der Rest dass jeder einfach nur Kevlar gekauft hat man hat also keinen Diffuse dabei hat er erst mal drauf verzichtet Navi mit 2 Smokes und 2 Flashes unterwegs bei Zeus und Seas der Rest hat sich auch erstmal hier fürs Kevlar entschieden Zeus war noch eine Tech 9 weiter gedroppt auf so MBK in der Mitte ersten Kontakt gehabt 10 AP verloren Langsamer sicher aufpassen mit Katasoten da sollte sich wahrscheinlich besser sogar zurückziehen ja wer will unbedingt noch einen Frack haben bekommt den allerdings nicht entsprechend muss er jetzt wirklich den rückwärts einlängen kann aber unterstützt werden Happy hat sich da unten in die Ecke verzogen haben und happy zu beten jawohl jetzt kann den ersten zweiten haben happy da ist der triple schießt sie in stücke und Navi wird komplett zerlegt auf kurz dann kommt da noch so ein Bonus Headshot von MBK hinterher und das stand so auf der Kippe die ganze Geschichte so gefährlich dass sie dann bald überrannt werden aber Navi hat sich nicht so richtig getraut den einfach entgegen zu gehen und happy sagt herzlichen dank dann gelegt euch halt einfach alle kein problem 9 zu 7 also die Pistler auf jeden Fall gut gewesen fällen wieso können sie jetzt direkt wieder ranarbeiten wenn sie die beiden Anschluss jetzt ebenfalls holen denn Navi konnte die Bombe nicht legen was das bedeutet dass sie hier normalerweise force dann würden man hat jetzt Flamie und Guardian ohne Rüstung andere spiele jeweils mit take 9 also sollte schon was holbar sein aber mal schauen wie Navi da auf lang zu werden wie gesagt Envyos hat Alarm jetzt zum Beispiel fast oder insgesamt eigentlich gar nicht angespielt dass die einmal durch gewuscht sind sie stellt sich zumindest auf sie ist jetzt anderswo man hat nur eine einzige flash mit der man arbeiten kann mehr ist nicht da man bereitet sich momentan auf den A-Split vor Envyos steht zu dritt auf dem Spot ein Spieler an lange in der grube die anderen beiden Kenny und Happy sind die sich auf den Spot zurückgezogen haben so Guardian sucht hier natürlich Antifrag der momentan aber nicht genehmigt wird die Flash einigermaßen gut jetzt die die Bombe down immerhin das und jetzt müssen wir natürlich noch an Apex vorbei der hat die schräge unter Kontrolle wird sofort gerefragt zumindest hat Kiroshima die Bombe halbwegs im Blick aber Kio hat keine vernünftige Waffe er wurde gut angeschossen jetzt haben sie sie schwierige Situation für Kiroshima und so eine Katastrophe dass er hier keine Rifle hat keine SMG nichts was ihm helfen könnte da sitzt der Headshot und beide sind jetzt angeschossen er geht in die Offensive nach unten Hitt sitzt irgendwo auf dem Spot müssen die Fuse geteilt aber Flammy und aus der Luft und Navi mit der Gegenrunde die Träume von Envy nach einem Ausgleich hier wieder zerstört die Pistits die schönen kleinen Pistits die K hat lang halt einfach ein bisschen mehr machen müssen beziehungsweise halt natürlich auch Kanyas aber die beiden werden einfach so schnell zerlegt jetzt mit der Mitte was zu reißen und sind natürlich auch selbst wieder in Force bay gegangen bei Andras möchte da gleich wieder dagegen halten gegen diese Runde von Navi das ist der erste Kill Guardian ist der abwechster vom server gefickt hat sie ist verdeutlicht dichter dran als man dachte da kommt er vielleicht irgendwie lebendig raus jetzt geht es zu Kanyas dagegen zu halten der Mordor würde ihm das Leben schon etwas schwerer machen aber er hat diese Scout Position wo man so schön hoch hüpfen den Gegner anschießen kann aber da müssen es noch mehr sitzen einen hat er gesetzt was reicht nicht auch nur ansatzweise den Go von Navi aufzuhalten Kirishima ist zufrieden wenn er die M4 durchbekommt ob ihm das gegönnt wird Navi hat auch keine großen Reserven also werden sie glaube ich auch schon nicht traurig wenn sie diese vier Waffen durch kriegen das ist die Frage ob man riskiert seine Rifles hier noch aufzugeben um dem Gegner die Waffe abzunehmen oder ob man einfach froh ist dass man sie selber durch bekommt scheint Navi sich auf die Jagd machen zu wollen einfach um Kirishima hier die Laune verderben und dann kriegen sie natürlich den Optimalfall Waffe ausgeschaltet plus vier Leute durch die Runde gebracht und damit natürlich auch schon mal ein kleines Polster zurück gelegt jetzt geht es natürlich wenn wir hier nochmal die Eco angesagt kaufen können sie da noch nicht jetzt wird die Situation für die Franzosen jetzt schauen mal Navi spielt sich da so vor der Auslange raus möchte natürlich jetzt hier so gut wie es geht den Waffen portet ausspielen Flamie direkt den ersten raus gezogen da kannst du natürlich mit der Piste gegen die Waffen auf die Distanz einfach nichts machen die droppe in die cd-base oder Richtung cd-base runter 6 elements aber auch sein mail wird der Onspot raus genommen den nächsten zerlegt es ebenfalls Flamie Nummer drei mittlerweile also der räumt mit seiner m4 sauber auf jetzt sie st er sie einen gönnt sicher da bin ich mir eigentlich dass es trotz allem der pick von navi war denn wirkt da momentan auf das zwei wirklich alles andere solide zumindest bis hier hin aber jetzt geht es erstmal die zweite waffe auf der cd-seite also schauen mal wie das ganze da läuft auf jeden Fall KennyS wieder an der AWP ohne Rüstung aber immerhin wieder wird er lange gefightet ist ausgepruscht bei navi und sie bekommen diese sie bekommen diese wichtigen kills KennyS da schon wieder auf sich alleine gestellt mittlerweile schon ein spieler nachgeschoben zumindest kümlich man ist erfolgreich KennyS ebenfalls eingesetzt man konnte erst wieder ausgleichen 3 gegen 3 und so lange die AWP da hinten geht ist alles drin Kenny fällt einfach stehen ich hatte großes vertrauen gehabt dass es kann ein Hinweis sein wo es gleich hingehen sollte jetzt kommt kiroshima offensiv könnte gutes timing bewiesen haben kann also die informationen hier weitergeben dass Edward da irgendwo unterwegs ist das Problem ist er hat nur einen gesehen aber die Wahrscheinlichkeit ist groß dass der rest nachkommt und wenn Envy hier halbwegs fix reagiert dann sollten sie da zwei Leute drauf haben schöner Frank von Kiroshima wollte sich zurück ziehen wird aber in der Luft fest genagelt er kriegt aber auch niemanden wirklich gekillt und jetzt kann ich erst mit seiner AWP er ist so schnell dass er unter Umständen überraschend ist mit ziemlicher Sicherheit ist überraschend die rifle wechseln jawoll die AK sein Kollege hat ihm dann frische 30er Magazin hingelegt vor Flamie ja schief gegangen die kenne erst sich überlegen können er sich mit der Awe den ersten Schuss abzuliefern aber dann hätte er genau das gleiche Problem mit grün gehabt deswegen der Versuch dort auf die Waffe zu wechseln dann fehlt ihm irgendwie was in der Hand tja Fan wie steht die nächste ECO an und langsam aber sicher sehen sie da immer weniger Land habe mittlerweile bei 13 Runden angekommen Kiyoshima auf dem B-Spot wird von Flamie raus genommen also der First Rook für Navi ist erneut gefunden theoretisch wäre der B-Spot jetzt offen sollte aber den Navi Spieler im Moment noch nicht angekommen sein angekommen sein so MVK mit der Lige einen dagegen gewollt Starter Dings Guardian natürlich auch mit der AWP da unseren Frag lässt er sich dann nicht nehmen muss nur mit der Bombe jetzt ein bisschen aufschauen deswegen noch mal kurz ablegt sich sogar noch selber die Smoke damit er die auf jeden Fall safe mitnehmen kann die soll jetzt auf dem B-Spot getragen werden damit man die da schön blenden kann und dann wird die Runde auf jeden Fall auslaufen sobald der Timer dann weg ist bei Envia hat zumindest diese 1 AK bei Happy weil die hat so richtig sicher ist das noch nicht alternativ könnte das genau für Envia ein Glücksfall sein denn wenn Amy Edward erwischt und er ist gut angeschossen dann gibt es die zweite AK nach oben drauf und jetzt wird Navi etwas die Beine in die Hand nehmen müssen wenn sie wirklich dann nochmal den Franzosen ihre Waffen abnehmen wollen sieht aber nicht danach aus also aus dem Nachteil für Happy ist da plötzlich ein Vorteil für das ganze Envia geworden so noch mal eine Kaufrunde für Enviaz und Kenny Es hat sich nochmal einen taser geholt wieder keine Rüstung aber taser so bei Guardian natürlich erneut die AWP am Start schau mal Navi macht recht flott Druck für die verhältnisse eigentlich in die Mitte rein also ganz ungewohnt jawohl aber Apex nimmt direkt beide mit also gut so kann man es natürlich eröffnet so direkt in der 3 gegen 5 Situation jetzt muss man natürlich bei Navi schauen dass man das Ganze wieder glatt bügelt aber es wird alles andere als leicht alle drei Spieler haben sich in der Mitte versammelt Guardian mit der Bombe Mitte oben die anderen beiden mit AK Zeus und Sie T ist der ersten pick gesetzt muss natürlich Seuss schauen dass er irgendwie wieder weg kommt schon oben offensiv gewagt der letzte verbleibende Spieler ist auf jeden Fall mit 29 Sekunden und Apex verpasst ihm sofort die Stelle 14 zu 8 also die Waffenrunde funktioniert bei Enlias weil Apex einfach diese beiden Killstone in der Mitte direkt am Anfang der Runde setzt da wollte Navi ein bisschen mehr Gas geben wollten gleich diesen Entry Fack ziehen um den B-Split aufzuziehen aber nicht mit Apex der hatte die passende und in dem Moment waren es einfach zwei schnelle Shots um seine Gegner zu zerlegen vorbei und er geht in die Offensive hat aufgewartet dass Apex hier antanzt und dann werden die beiden versuchen Apex einfach so ein bisschen aushelfen Apex hat sich zurückgezogen hat Kenny etwas im Stich gelassen spielt aber keine große Rolle denn Happy ist auch noch dabei und dann kommt Frank Nummer 3 ran und das ist dann wohl Runde Nummer 9 sollte Gar den hier nicht ein kleines bis mittelschweres Wunder verbringen 3 von 10 auf der Wunderskala wie kann man die Wunderskala benennen ich weiß es nicht ehrlich gesagt auf der Jesus Skala Apex mit dem 4er Kelly insgesamt jetzt wird gemauert KennyS AWP happy AWP NBK Autosniper also da ist für jeden was dabei Spaß für die ganze Familie jetzt schauen wir was irgendwas daraus machen können KennyS der Richtung A Spot geht ok der wird anscheinend offensiv und kurz geschickt oder auch nicht happy ist ok so geht es natürlich auch die zweite AWP so dem es natürlich ist und bleibt dass er keine Deckung von der Mitte groß hat Apex kann zumindest aufpassen dass niemand so richtig kurz unterwegs ist aber so eine richtig harte Deckung ist das nicht da sehen wir schon der guckt die Waffe raus dann ist das für Guardian ein leichtes ihn zu picken das war schon sehr optimistisch dass man da so lange Ries und Katast zielt Guardian 5 gegen 3 schon wenn er schießt wird umgetackert da die Autos Sniper damit erzeugst du wirklich nicht gerechnet aber jetzt weiß man dass man der einfach aus dem Weg geht den verbleibenden Spieler wahrscheinlich auf dem Baseboard findet dreht sich vor der Flash um Yishima da fällt er und damit ist die Runde so gut wie durch NBK der Tacker der Hoffnung und die Rettung oder wie auch immer Tja versucht er das nochmal ist die Frage die Videos gibt wer da zwei spiele noch warum nicht schade ja nicht einfach mal zu versuchen aber Guardian konnte sich gut verstecken 15 zu 9 also 6 Map points für Navi und als kleines Zwischen Fazit würde ich mal sagen ein bisschen weniger als wir von Envy erwartet hätten ja das ist auf jeden Fall also Navi bis hier sehr sehr gut unterwegs wie gesagt auch Envy die ein bisschen schwächeln Tja die haben einfach genügend Geld um genau das gleiche Setup nochmal zu spielen woher auch immer das Geld kommt ist auf jeden Fall da ist irgendwo der Geld Kobold unterwegs vorhin hat Fanatic auch schon mal so eigenartige Geld Spritze bekommen die natürlich total eigenartig war weil das war nicht etwa dass wir das irgendwie übersehen oder falsch eingeschätzt hätten wir irren uns ja nicht sondern war eindeutig das hat nicht gestimmt es gab den unerwarteten Geld sind auf ein eigenes Feld gekommen und haben plötzlich 1000 durch den Schwuck verkauft bekommen stimmt was nicht da hat die Mars angehoben und unten runter noch ein hundeter gefunden hoppala da liegt schon noch was ja die Autos sind schon wieder down aber trotzdem haben wir einiges an Schaden gemacht jetzt kommt Zeus darum auch er nimmt einmal die AWP in die Hand man wartet darauf ob Zeus vielleicht noch Erfolg hat für Kyushima ist das eine schwierige Situation denn er hat keinerlei sinnvolles Backup auch wenn Apex natürlich immer so einen Blick runter werfen könnte wenn die Smoke weg ist aber letztendlich Kyushima das ganze alleine richten den ersten kriegt er nicht down und das wird dann natürlich heftig jetzt gilt es für die beiden Arbe oder für die beiden Sniper hier irgendwo jemand noch zu erwischen nein kein Hit und und wie retake man mit Autosnapper und AWP den B-Spot da muss irgendwas anderes noch dabei sein irgendwo muss noch was liegen was man mitnehmen kann da ist nur noch eine Aave die hilft einem auch nicht sieht aber hübsch aus oder bunter zumindest Flavy und das wird es wohl gewesen sein 16 zu 9 GG well played starke performance von Navi vor allem auf der T-Seite tierisch ja was grinst du ich glaube ich ganz so schwer